Bevor wir den Struktureditor öffnen, schauen wir noch einmal kurz auf einige PowerPoint-Folien. Und zwar dieses neue Produkt. Wir hören häufig die Frage, was ist das Besondere daran, was ist der Vorteil? Und der Vorteil ist natürlich oder ein wichtiges Merkmal ist hier die einheitliche geometrische Grundlage. Das heißt, wir investieren in der Arbeitsvorbereitung in ein Strukturmodell, was komplett alle tragenden Bauteile, alle Öffnungen aus, abbildet. Auch die Belastungen tragen wir ein. Das Ganze ist dann idealisiert, bestens vorbereitet für die statischen Aufgaben. In der Folge greifen wir auf diese Grundlage zurück. Nächster wichtiger Punkt ist die zentrale Lastannahme. Das heißt, wir können hier direkt beispielsweise alle Geschossdecken mit dem richtigen Lastwert ausstatten. Wir sehen hier beispielsweise auch schon Lasten an den Deckenrändern, die wir hier direkt eintragen können für die Fassade. Und damit ist das Lastniveau auf einem sehr hohen Vollständigkeitsgrad. Wir haben alle Lasten definiert und können dann natürlich das zusammen mit der Geometrie für unsere Bemessung nutzen. Weiteres wichtiges Merkmal der Struktureditor ist in der Lage, Lasten auf die einzelnen Bauteile zu verteilen. Das ist zum einen möglich für vertikale Lasten, die sich auf der Decke befinden. Hierzu wird im Hintergrund eine FE-Berechnung durchgeführt. Und wir werden auch horizontale Lasten verteilt bekommen und ermittelt bekommen im Struktureditor. Und die können wir genauso nach einem vereinfachten Verfahren auf diese Bauteile verteilen. Und damit sind wir in der sehr frühen Projektbearbeitung in der Lage, zum Beispiel eine vorgezogene Lastermittlung einfach zu generieren per Knopfdruck. Und wir wissen sofort, wie viel Belastung erfährt zum Beispiel die Bodenplatte, eine häufige Frage, die wir als Tragwerksplaner gestellt bekommen, wenn es um die Gründungsbeurteilung geht. Ja, und dann werden wir im Struktureditor natürlich Bauteilbemessungen vorbereiten. Das wird in Form von Berechnungsmodellen passieren. Und da kennen wir jetzt ja schon die Geometrie. Wir kennen auch die Lasten. Und dann können wir diese Informationen zusammenführen und haben damit mit wenig weiteren Arbeitsaufwand die Bauteile bemessen. Und durch die Geometrie, die wir hier vorfinden, haben wir die Möglichkeit, die Bemessung von der Lastverteilung zu entkoppeln. Es ist kein Aufwand mehr für uns, mehrere Berechnungsmodelle zu erzeugen. Einmal für die Bemessung, einmal für die Lastverteilung. Und dann sind wir nicht immer dazu aufgefordert, das Lastniveau in jeder Geschossdecke durchzuführen. Vielleicht wollen wir auch mal das Lastniveau einfach weglassen. Wir brauchen hier nur die Deckenbemessung. Und trotzdem kennt die Bodenplatte die komplette Last, auch wenn wir bei der Decke im zweiten Obergeschoss hier eine andere Entscheidung treffen. Und dann ist natürlich ein wichtiges Merkmal die Auswertung. Wir können hier im Struktureditor Listensichten erzeugen, können Lastsummen bilden pro Geschoss, pro Bauteilgruppen und wissen damit auch sehr genau, wie sieht das Lastniveau in unserem Tragwerk aus. Diese Auswertungen können Sie natürlich auch in das Excel, beispielsweise ins Excel-Format übertragen. Damit haben Sie alle Freiheiten, was Auswertungen dieser Werte entsprechend betrifft. Und wir brauchen natürlich die Möglichkeit der Dokumentation. Hier bietet die Baustatik ein neues Modul S008.de. Damit können wir Strukturmodelle im Statikdokument dokumentieren. Alle Arbeitsschritte tauchen hier auf, damit das Ganze nachvollziehbar und natürlich auch rechtssicher wird, was wir hier in der MB WorkSuite bearbeiten. Und natürlich nicht zuletzt das Stichwort BIM-Planung. Ein Thema, was immer stärker an uns herangetragen wird. Die Fragen, die kommen, wie arbeiten wir mit der MB WorkSuite, wenn diese Forderung an den Tragwerksplaner gestellt wird. Der Struktureditor und die Datenhaltung in der MB WorkSuite erfolgt bauteilorientiert. Das heißt, die Beziehung zwischen Architektur, Bauteil und Strukturelement und Bemessungsmodell bleibt permanent erhalten. Wir wissen ganz genau, wie diese Abhängigkeiten aussehen und wir können dann hier, das Bild haben wir schon vor einigen Minuten schon einmal gesehen, wir können dann genau erkennen, wo ist denn überall dieses Bauteil W3EG im Einsatz. Wie wurde es dort geometrisch beschrieben? Denn am Schluss werden wir ja das Bauteil real nur einmal bauen und dann hat es eben die Festigkeit C30, C37 oder C20, C25. Beides ist natürlich kaum möglich. Deswegen hier die Unterstützung, dass wir sofort überall erkennen, passt das Ganze überhaupt zusammen. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir steigen in unser Beispiel ein. Wir nutzen jetzt zum ersten Mal den Struktureditor und damit wir für diesen ersten Überblick uns jetzt fokussieren können auf das Strukturmodell, steigen wir in diesen Bearbeitungsstand hier ein. Also das Architekturmodell in Vicado, das ist bereits vorhanden. Wir haben das Strukturmodell in Vicado erzeugt und wir öffnen jetzt direkt das Strukturmodell im Struktureditor. Wie wir an diesen Punkt kommen, das sehen wir heute Nachmittag. Da gibt es eben mehrere Wege. Drei davon werden wir Ihnen live zeigen. Strukturmodell Strukturmodell Strukturmodell